Deutsche Post und Werbeweiche präsentieren Kinopost Bald holt sie auch dich Schon bald wird sich dein Leben verändern Denn sie kennt dich Sie weiß alles über dich Und sie wird kommen Und dich mitnehmen An einen dunklen, dunklen Ort Zu deinem ganz persönlichen Hortrip Und du Wirst es lieben Stellen Sie sich vor Es gäbe Adressen von Kinoresuchern In völlig neuer Qualität Sie könnten diese Leute gezielt Erreichen und aktivieren Sie würden sie kennen Zum Beispiel ihn Seine Wünsche Seine Träume Oder sie Sie würden wissen, was sie begeistert Ihre Favoriten Ihre Vorlieben Dies kann schon bald Wirklichkeit werden Denn wir kennen ihre Zielgruppe Wir holen sie zu Hause ab Ganz direkt und persönlich Wir bringen Kinofans Informationen Die sie wirklich interessieren Über Filme und Stars, die sie lieben Und Produkte und Marken, die sie schätzen Das ist Dialogmarketing fürs Kino Das ist Kinopost Wir verbinden Filmwelten und Produktwelten Zu einem einzigartigen Gesamterlebnis Direkt im Dialog Und ohne Streuverluste Wir bringen Produkte zu ihrer Zielgruppe Und die Zielgruppe zu ihnen Und wir bringen sie ins Kino Willkommen in der Zukunft der Kinowerbung Willkommen zu Kinopost Kinozielgruppen direkt erreichen und aktivieren Demnächst in ihrem Mediamix Kinopost Kinopost Schon bald holt sie auch dich Kinozielgruppen direkt Kinozielgruppen direkt Dramatik Der geht Dramatik Untertitelung des ZDF, 2020